Hast du Kollegen aus JVA Mörs? Ich weiß nicht gerade, wer da drin ist, aber ich war ja auch in Mörs, JVA damals. Du hast Kapellen, ne? Geiler Knast, kann man Zeit gut wegmachen. Weißt du, wo du im Dienst gearbeitet hast? Wo? Wo hast du noch mal gearbeitet? Krankenhaus. Wo hab ich dich immer abgeholt? Ich hab einfach im Krankenhaus in Düsseldorf gearbeitet. Du hast einfach im Krankenhaus, ja. Ich hab den immer abgeholt. Schwerverbrecher arbeitet im Krankenhaus, Digga. Und das Geilste ist, das ist voll die Abzocke. Voll! Wir haben für einen Billiglohn in einem Krankenhaus gearbeitet, Digga. Und die Leute kriegen im Krankenhaus keinen Jobs, weil wir knackig sind. Ich sag euch ehrlich, ich hätte so viel klauen können ohne Düsseldorf, ne? Also mitgehen lassen können. Millionen höher. Millionen. Aber ich hab das natürlich nicht gemacht. Aber, Alter, wie leicht fertig die Sachen da umgehen, Digga. Ich hätte LKWs mitnehmen können. Ich musste ja auch Transporter fahren dort. Also mit jemandem. Und der LKW war voller Geräte, Digga. Und auf den Geräten standen immer die Preise drauf. So ein Röntgengerät, was weiß ich, 70.000 Euro. Dann das. Meine Finger damals voll am Jucken, weißt du. Aber ich hab mir gedacht, nein, lieber nicht, Digga. Vor allen Dingen, weil diese Geräte sind für Menschen im Krankenhaus. Das darf man nicht bringen, sowas. Äh, ganz krass, Alter. Ich hab da stundenlang gearbeitet. Äh, so malochermäßig. Wir haben halt die Patienten beliefert mit den ganzen Sachen. Äh, was die benötigen für die Abteilungen. Äh, alles, was dazugehört. Also, war schon richtig krank. War eine schwere Arbeit mit so Gabelstapler, alles. Alles, ne? Aber da hat man nochmal die Einsicht gesehen, wie das in einem Krankenhaus eigentlich abläuft. Und wie viel die Krankenschwestern und die Ärzte eigentlich bewerkstelligen müssen. Normal machen die Streik für Gehaltserhöhungen und das und das. Ey, die haben, die werden da so Krankenschwestern und die werden definitiv unterbezahlt. Die retten Leben, Digga. Und Altenpfleger und so auch, alle. Mhm. Altenpfleger. Sehr, sehr unterbezahlt. Meine Mutter ist Altenpflegerin. Oh. Wie lief die Arbeit im Krankenhaus ab? Also, wenn du im Knast bist, zum Beispiel im, äh, offenen Vollzug, darfst du eine Arbeit haben im Knast oder eine Arbeit außerhalb vom Knast. Ich hatte eine Arbeit draußen. Man kann dann, wer dann eine lange Strafe hat, kann dann eine Ausbildung draus machen. Muss dann tagsüber draußen arbeiten. Muss dann aber auf dem direkten Wege nach der Arbeit sofort in den Knast zurück. Da kann man sich so einschippen. Und ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet in Düsseldorf. Ja. Und das ist ja auch jetzt nicht so lange her. Auch vier, fünf Jahre her. Da war ich ja auch recht bekannt. Und die Leute dachten, oh, was macht der Synagy immer hier im Krankenhaus jeden Tag? Mit Arbeitshose. Ich war da den ganzen Tag am Arbeiten. Das war schon heftig, ne? Und jetzt dann habe ich wirklich gesehen, wie es so, was für Zustände ist im Krankenhaus, äh, was da abgeht. So, und die Arbeit, die ich da hatte, ich war da, muss da schon, überlegt mal, Freunde. Ich durfte nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, wegen Sicherheit. Ich musste mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Ja, ne, stellt euch mal vor, ich musste schon um vier Uhr morgens aufwachen, wie ein Kelben. Ich musste zur Bushaltstelle laufen, vom Knast, Alter. Bis zur Bushaltstelle ist voll dieser Stück, voll der lange Weg zum Laufen, so durch so ein Maisgebiet am Anakoyen. Erstmal zur Bushaltstelle laufen, von der Bushaltstelle irgendwo hinfahren. Dann, äh, ich weiß nicht mehr den Weg, durch Krefeld irgendwie, und dann von dort aus die Bahn in Düsseldorf rein. Ich muss zwei-, dreimal umsteigen, auf jeden Fall. Ich war zwei Stunden on the road. Das heißt, ich muss zwei Stunden zur Arbeit fahren und zwei Stunden zurück. Richtig ekelhaft. Ich war dann nach sieben Uhr morgens voll müde, voll abgefuckten Haast, voll die Malocher. So, weißt du, mit blauen Klamotten, Arbeitsklamotten, dies, das. Und dann bis, weiß nicht, bis 15, 16 Uhr war durchgängig arbeiten. Und dann mussten wir halt, haben wir diese, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal ein Düsseldorfer Krankenhaus? Das sieht aus wie so eine kleine Stadt. Sieht aus wie so eine kleine Stadt. Ähm. Und da fahren ja immer solche Busse rum. Solche kleine LKWs. Falls ihr die sehen solltet, wisst ihr ganz genau, dass dort Knackis drin sind. Alle, alle Leute, die im Knast sitzen, arbeiten da fast, meiner Meinung nach. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst genau, wenn da junge Leute, so Jugendliche, so, oder, ne, weil zum Beispiel der Mitfahrer, den ich hatte, der war so ein alter Mann. Der war so 60, die ganze Zeit nur am Meckern über sein Leben. Der war da auch gleich hinein, ne? Ne, der war kein Knackis, der war vom Krankenhaus Angestellter. So, aber, wir waren da mit 5, 4, 5 Knackis haben wir da gearbeitet. Überleg mal, 4, 5 Knackis haben von anderen Leuten die Arbeitsplätze weggenommen. Weil wir für einen Mindestlohn oder für einen Billiglohn gearbeitet haben. Während, während die Leute, die ausgebildet sind für sowas, natürlich mehr Geld kriegen müssen, haben die lieber Knackis genommen. Und damit boten die Firmen aus. So, versteht ihr, was ich meine? Das ist richtig krass. Aber in Deutschland gibt es ein Gesetz, dass jeder, also, dass ein Lohn ist. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Gesetze, man kann nicht mehr verdienen, so diese Filme. Mindestlohn ist gleich und diese ganzen Sachen. Aber Knast hat nochmal eine eigene Regelung, was das irgendwie rechtfertigt, warum ich dann nur 300 Euro im Monat verdiene. Für die selbe Arbeit, für die ein anderer draußen 2, 5 kriegt. So. Und ich habe damals den Film gemacht. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen. Und habe mir gedacht, ich könnte mir meine Eier lecken. Bin ich Arbeitslosengeld 2 beantragen gegangen. Und dann wollte ich mal gucken, ob diese 300 Euro, diese Arbeit ich gemacht habe. Weil, vor dem Gesetz sind wir ja gleich. Bin ich Arbeitslosengeld 2 beantragen gegangen. Habe ich einmal zu. Ich habe gearbeitet, ich möchte Arbeitslosengeld damals. Habe ich natürlich auch gekriegt. Und ich habe 70 oder 80 Prozent von meinem Ding jetzt gekriegt. Von dem Lohn, für diese Pause, die du da nicht arbeitest. Versteht ihr, was ich meine? Aber, von was habe ich diese 70, 80 Prozent gekriegt? Von dem eigentlichen Lohn, den man draußen kriegt. Nicht den man im Knast kriegt. Versteht ihr, was ich meine? So. Das ist richtig krasse Abzocke. Im Knast arbeitest du, Toplohn ist 300 Euro, 400 Euro im Monat. Während andere, die halt frei sind, für den selben Job, 2, 5 kriegen, 3 kriegen, 1, 5, was weiß ich, kriegen. So. Wisst ihr, was ich meine? So. Und das war Schwerstarbeit, Digga. Schwerstarbeit für 300 Euro, 400 Euro. Digga. Wollen die mich verarschen? Normal nimmt das Krankenhaus Knackis an. So. Und ich fahre mit diesem LKW. Ich fahre mit dem LKW quasi rum. Hinten drin voll die Wertsachen, Digga. Im Knast bist du mit 400 Euro im Monat ein Pilot. Haha. Das stimmt. Da bist du ein Topverdiener. Wenn du das wirklich schaffst, Lohnstufe 5 zu kriegen, 400 Euro im Monat, wenn du das hinkriegst, hast du echt einen Toplohn im Knast, Digga. Du hast beste Leben, ich schwöre. Dann hast du beste Leben im Knast. Das stimmt schon. Ich habe natürlich... Ja, das stimmt. Arbeitsplätze im Knast, wo ich nur 220 Euro im Monat verdient habe. Das gab es natürlich auch. Was ich euch eigentlich nur damit sagen wollte ist, ist einfach, dass im Krankenhaus die Post abgeht. Wird man geschlagen im Knast? Ja, kann vorkommen, wenn du dich nicht benimmst, Digga. Der Knast ist ein bisschen ein anderes Leben, ne? Gibt es eine Trennung zwischen Schwarzen und Weißen, wie in so Filmen? Ich erzähle euch eine kleine Geschichte aus dem Knast. JVA Bielefeld. Ich war inhaftiert mit einem Schwarzen, okay, mit einem Deutschen, Bosnier, ein Libanese, also wir waren so eine Abteilung, alle Zellen nebeneinander, und ein Marokkaner. Jeder hatte seine eigene Hütte, eigene Zelle quasi. Jemand war mit uns drinnen, der war ein Rocker, okay, von einem deutschen Rocker-Club. Und der war ober-nazi. Wirklich ober-nazi. Seine Tattoos, reinste Katastrophe, wirklich. Vala-Kreuze, also wirklich. Der musste auch immer, auf der Arbeit musste er das Haltkreuz zukleben, weil er das Haltkreuz natürlich nicht zeigen durfte. So, er war voll tätowiert. Der hatte hier aus dem Ersten Weltkrieg Sachen tätowiert, hatte hier auch Vala tätowiert, hin und her. Er war zwei Zellen weiter als ich, ja. Und wir hatten einen Schwarzen. Also wirklich, richtig schwarz, okay. Der war im anderen Gang, aber im selben. Seine vier, fünf Zellen weiter. Quasi sitzen wir alle im selben Boot. So, er ist ein ... Der Schwarze ist natürlich schwarz. Sieht einen ... immer in seiner Abteilung. Und ich denk mir ... Wann knallt's hier? Ich auch noch Kanake, der ... Ist auch irgendwie nicht so grad der beste Freund von ... Von den Moslems. Doch was ist passiert, Freunde? Was ist passiert? Dadurch, dass wir alle in den ... Im selben Boot waren, mussten wir uns natürlich irgendwie verstehen. Am Anfang aber, war da ein bisschen gewisse Spannung. Weil ich bin da. Vollbart, vollbreit. Ich seh so einen ... Mit Tattoos. Ich dreck schon. Oh ja, Kalb. Du Hund. Ha? Ha? Ja, Schwanz. Komm. Komm mal hier bei mir jetzt alle reden. Wir reden. Wir reden. Ich hab gehört, warum er ist er. Ich hab gehört, warum bist du ... Wir haben geredet. Ich hab natürlich erstmal Filme auf denen gemacht. Ein bisschen, komm mal hier, mach mal das. So, so, so. Ein bisschen den runter machen. Ein bisschen wegen dieser ... Tattoos und so. Hab ich gedacht, was ist dein Problem mit uns Ausländern? Was ist denn dein Problem? Wer hat dir was getan, dass du so ... Hin und her. Dann hat er mir erzählt, ich bin Rocker. Ich bin in einem Club. Irgendwie so eine Riders Club. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung. Dann hat er mir seine Geschichte ein bisschen erzählt. Und dann hab ich gemerkt ... Warte, der ... Dieser Na**, der braucht Liebe. Der arme Junge, der ist so ... Der muss nur einer in den Arm nehmen. Ich hab gesagt, komm mal, Herr Jakob. Ich hab seinen Kopf genommen. Nein, nein, mach das bitte. Nein, nein, komm, umarm mich mal. Ich hab zu ihm gesagt, komm mal hier. Ich hab zu ihm gesagt, alles wird gut. Ich hab ... Ja, du armst mich doch immer noch. Du kannst mich loslassen. Alles wird gut. Hab ich doch gerade gesagt. Okay, okay. Ich hab den gesagt, guck mal her. Hab ich ein bisschen einen Film auf den gemacht. Dann fing man sich an, so ein bisschen zu verstehen. Der hat mir ein paar Sachen erzählt. Der hat ein bisschen so und so ... Eines Tages ... Okay. Der war dann cool. Der war Hausarbeiter. Man hat sich gut verstanden. Eines Tages, ich lauf an seiner Zelle vorbei. Seh ich den Schwarzen in seiner Zelle. Wallah. Ich denk mir so ... Oho ... Jetzt geht's ab. So ... Jetzt knallts. Bin einfach weitergelaufen erst mal. Ich so, ey, ey ... Der Schwarze ... Wallah, ich glaub gleich ... Ich glaub, gleich explodiert. Wir direkt ... Komm, komm, wir gucken gleich. Wir gehen rein. Was passiert? Der Schwarze und der Nazi spielen Karten. Ich hab die Schababs geholt. Ich so, Wallah, was ... Vielleicht explodiert gleich. Die haben Durack um Tabak geschaut. Der Schwarze und der Nazi waren plötzlich richtige Homies. Natürlich war das in den Umständen. Klar, man ist im selben Boot irgendwo. Aber die beiden haben sich sehr gut verstanden. Und das ist das, was ich letztes Mal meinte. Man muss ... Miteinander sprechen. Dieser Nazi ... Der hatte mit Ausländern nichts zu tun in seinem Leben. Der war nur mit seinen ... Deutschen Jungs, die genau dieselbe Gesinnung hatten. Und dann hat der Nazi mir einmal gesagt, Ey, Dicker, ich hab noch nie mit Moslems oder mit Schwarzen zu tun gehabt. Hätt ich gewusst, dass ihr so korrekt seid, Digga. Ich hätte ein ganz anderes Bild von euch. Versteht ihr, was ich meine? Das war JVA Bielefeld. Es waren sehr viele Leute mit uns drin. Das sind hier nicht irgendwelche ausgedachten Storys. Das ist der Alltag im Knast, Digga. Natürlich ... Natürlich heißt es jetzt nicht, dass jeder Schwarze und jeder ... im Knast die besten Freunde sind. Aber in dem Fall waren die auf einmal cool miteinander. Ich weiß auch nicht, wie das dann zustande kommt. Sie haben sich bestimmt irgendwann mal auch selber im Flur getroffen, haben geredet. Oder was auch immer. Und die haben halt Karten gespielt. Natürlich haben wir unsere Witze gemacht. Jo ... Machst du mit dieser Schwarze ... Mach dir Karten spielen. Draußen sagst du ... Scheiß ... Und du sagst scheiß ... Macht auch beste Freunde. Natürlich haben wir diese Maschada auf die gemacht. Ihr wisst, wir sind Essener. Wir machen auf jeden Maschada. Egal, wo der herkommt. So. Aber es war gut zu sehen. Es war krass. So eine Erfahrung habe ich auch noch nicht gemacht. Es gibt natürlich auch Fotos von uns im Knast. Das ist eine krasse Sache. Und das wollte ich euch sagen. Dass auch sowas im Knast passiert ist. Weil wegen der Frage gerade, gibt es Trennungen? Es gibt auch Trennungen. Da sind ... Aber das Ding ist ... In einem Knast sind halt nicht so viele Schwarze, dass es so ... Eine Gang sich bilden könnte. Wisst ihr was ich meine? Zum Beispiel der Schwarze, der mit uns im Knast war. Der war einer von drei. Waren ... Wir waren ... Was weiß ich nicht ... J.V. Bielefeld-Ummeln. Wie viele Häftlinge waren wir da? Lass es 300 sein. 500 sein. Ich schwöre euch davon waren nur drei ... Schwarze. Alle waren sonst Kanacken, Deutsche ... Alles, aber keine Schwarzen. Das heißt ... Der Schwarze im Knast in Deutschland ... Die sind nicht so viele, dass die wie in Amerika ... Mit 50 Mann ... Wir sind hier ... Wach-Gang und ... Habib ... Gibt es halt so nicht. Habe ich noch nie erlebt. Die Leute, die ich im Knast ... Getroffen habe, auch im geschlossenen Vollzug ... Waren wirklich wenig Schwarze. Wenig. Russen zum Beispiel. Ja, Russen sind eine starke Gang im Knast. Die sind zusammen. Die sind auch vernetzt mit anderen Knäste. Russen haben ein ganz krasses System. Die wissen von anderen Russen, welche JVA ... Die schicken sich Brief, die machen so ... Äh ... Ne, die wissen genau ... Am stärksten vertreten im Knast ... Ah, schwer zu sagen. Russen natürlich. In Deutschland sehr viel Russen, Türken, Kurden ... Aber da sind nicht immer nur Russen. Nur, also ... Die, die Russisch sprechen. Genau. Es gibt natürlich ... Bei den Russen ist das so, wenn du Russisch sprichst ... Die ... Du bist dann so voll ... Voll willkommen bei denen. Du bist so voll ... Naja, du bist auch Russe. Auch wenn du als Iraner ... Oder ... Ostblock halt. Ne? Und ... Äh ... Tschetschenen waren nicht so viel im Knast tatsächlich. In meiner Laufbahn im Gefängnis habe ich nicht viele Tschetschenen getroffen. Sag ich euch ehrlich. Einen oder zwei habe ich in meinem ganzen Leben da getroffen. Ich habe viel mehr Russen getroffen. Äh ... Libanesen natürlich habe ich getroffen. Albaner habe ich getroffen. Auch ein paar Iraner habe ich auch getroffen, ne? Äh ... Mongolen, nein. Aber Iraner auch im Knast Seltenheit. Äh ... Echte Seltenheit. Also es gab wirklich nicht viele Iraner im Knast, ne? Muss man sagen. Da gehörte ich und mein Vater und so zu den Top-Leuten. Wir hatten auch selbe Zeit im Knast. Ich auch mit Suruj. Ich auch mit Suruj. Ey, ganz Family im Knast. Ich war unten, der war oben. Aber gestern haben wir ... Mein Vater war so in anderer Abteilung. Ich war so in anderer Abteilung. Mein Vater schickt so Zellenpost. Was geht, mein Sohn? Hahaha. Hahaha. Scheiße. Äh ... Auch nicht lustig eigentlich, aber was sollen wir machen? Irak habe ich mehrmals gesehen, ja, ja. Iraker, Araber ... Also Libanesen, Araber halt, ne? Also ... Bosnien habe ich auch. Äh ... Ein paar im Knast gesehen, ne? Auch ne geile Story. Ich war JVA Wuppertal, zum Beispiel. Rechts neben mir war ein Palästinenser und gegenüber von uns war ein Jude in der Zelle. Das war auch ne krasse Konstellation. Iraner, Palästinenser und Jude. Ja? Israeli. So. Und da haben die Beamten auch gedacht, boah, das wird jetzt kritisch zwischen denen. War auch nicht. Wir haben uns sehr gut mit dem Juden verstanden. Wir haben auch eine Freistunde abgegangen. Der Typ war top. Und der Palästinenser hat sich mit dem auch nicht gestritten. Die waren alle cool. Im Knast ist es so ein bisschen anders manchmal. Manchmal denkst du dir, boah, jetzt kann aber ... Kann knallen, aber war alles cool. Ne? Also im Knast gibt es echt komische Situationen manchmal. Ne? Muss man sagen. Ne? Ton weg. nữa